Ein herzliches und wuffiges Hallo. Mein Border Collie Lagi zeigt heute wieder ein paar kleine Denkspiele. Hier ist zum Beispiel der Leckerli-Tour. Den gibt es in fast jedem Hunde-Online-Shop bei Trixi zu bestellen. Super, gut gemacht. Super, als nächstes zeigt Lagi hier eine Papprühre. Hier habe ich eine leere Küchenrolle verwendet und befülle diese mit Leckerlis. Super, super. Als nächstes zeigt Lagi hier eine Brotzeitbox öffnet. Das kann zwar bei sehr verfressenen Hunden, wenn sie das einmal beherrschen, etwas problematisch werden. Super, prima. Natürlich kann er auch verschiedene andere Boxen oder auch Geldbeutel öffnen. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine Geldbörse mit einem Klettverschluss. Hier ist ein Druckknopf vorhanden. Hier habe ich eine kleine Schnur befestigt, an der Lagi ziehen muss, um diesen Deckel abzuheben. Hier ist auch wieder eine kleine Schachtel aus Pappe. Lagi kann hier den Deckel abheben. Super. Hier habe ich zwei kleine Pappbecher, wie zum Beispiel so kleine Partybecher. Hier kann ich zum Beispiel in einem Becher ein Leckerli legen und den zweiten Becher hineinstellen. Lagi zieht den ersten Becher ab und kommt dann zu seinem Leckerli. Zum Beispiel kann ich auch in einem Becher ein Leckerli legen und Lagi soll es probieren, diesen hinaus zu befördern. Mal nehmen. Super. Super. Mit Bechern kann man sowieso viel machen. Man kann zum Beispiel ein Hütchenspiel dann gestalten, dem man die Becher auf den Boden stellt und diese dann vertauscht. Hier habe ich einen Schrank aus einem Puppenhaus und auch wieder eine Schnur befestigt. Super. Hier auch wieder das Ähnliche. Super. Hier haben wir eine Handytasche. Super. Und hier haben wir noch einen Kaltbeutel. Super. Natürlich kann man auch in verschiedenen Küchen ein Leckerli verstecken. Und Lucky kann dann das Tuch auswickeln. Super. Man kann zum Beispiel auch das Tuch nehmen, an das Ende ein Leckerli legen und dann das Tuch etwas einrollen. Der Hund versucht dann versuchen, das Tuch mit der Nase wieder auszurollen oder es durch ziehen zum Vorschein zu bringen. Super. Das gleiche kann man auch mit einem Bodentuch machen. Super. Hier habe ich eine Küchenrolle, die ich an drei Stellen eingeschnitten habe und mit kleinen Schieber aus Pappe gebastelt. Diese stecke ich in diese vorhandenen Schlitze. Lucky muss jetzt alle drei Schieber hinausziehen, um an das Leckerli zu kommen. Super. 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 Hier haben wir den Kong. Den kann man auch mit Leckerlis befüllen. Das ist ein lustiges kleines Leckerli-Spiel. Im Sommer kann man zum Beispiel Dosenfutter oder Quark in diesem Auge nehmen. Einfrieren. Und schon hat man ein kleines Hundeeis, das der Hund dann ausschlecken kann. Als nächstes zeigt Lucky ein paar Elemente aus der Pokerbox, die es auch bei Dog Activity von Trixie zu bestellen gibt. Wie zum Beispiel in dem Onlineshop von Tierisch. Super. Die Elemente kann man auch auf einer Platte zusammenbauen und immer wieder neu gestalten, dass man die Reihenfolge der Spiele immer wieder variieren kann. Super. Super. Man kann auch eine Röhre, eine Papri hernehmen. und um diese dann mit einer Bandage oder einem Verband etwas herumwickeln und auch in diesem Band ein Leckerli mit einwickeln. Wenn der Hund dann an den Band zieht, fällt dann irgendwann das Leckerli heraus. Super. 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 Das war ein Video von Border Collie Lucky. Super. 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 Super.